Ja, vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Ich möchte diesen Antrag mit dem schönen Titel Kinderland Nordrhein-Westfalen auf den Anfang kommt es an, euch jetzt vorstellen und das auch ein bisschen einordnen, weil wir ja sehr viel heute schon darüber gehört haben, warum wir einen Wechsel am 22. September bei der Bundestagswahl brauchen. Und das gilt auch und vor allem natürlich für die Kinder und Familien in diesem Land. Denn die letzten vier Jahre schwarz-gelb waren verlorene Jahre für Kinder, waren verlorene Jahre für Gerechtigkeit durch Bildung und für echte Förderung. Denn wir haben eine Kanzlerin erlebt, der dieses Thema nicht besonders wichtig war. Wir haben eine Ministerin erlebt, die das Familienbild der 50er Jahre wieder einführen wollte. Und wir haben eine Regierung insgesamt erlebt, die eine Anti-Bildungsprämie wie das Betreuungsgeld allen Ernstes als Fortschritt verkaufen möchte. Es gibt aber eine positive Nachricht von dieser Bundesregierung, ja, eine sehr positive Nachricht. Das ist nämlich die, dass Christina Schröder angekündigt hat, nicht mehr als Ministerin zur Verfügung zu stehen. Das ist mal eine gute Entscheidung für die Kinder in diesem Land. Aber diese gesamte Bundesregierung muss gerade, was die Chancen von Kindern angeht, so was von abgewählt werden. Denn während Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen bis 2010 und jetzt immer noch im Bund dafür steht, die Bedarfe von Eltern völlig zu ignorieren und den U3-Ausbau zu torpedieren, hat Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen gehandelt. Niemand hat es uns zugetraut, aber durch eine gemeinsame Kraftanstrengung von Land und Kommunen und Trägern ist es gelungen, ab August jedem dritten Kind unter drei einen Platz anbieten zu können. Das sind landesweit 145.000 Plätze. Das zeigt, es macht sehr wohl einen Unterschied, wer regiert. Und Rot-Grün steht verlässlich an der Seite der Kommunen und der Träger beim U3-Ausbau. Und es ist ein ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle fällig, vor allem an euch in den Kommunen, bei den Trägern, die sich engagiert haben, aber auch ganz besonders an die Landesregierung, an die Landtagsfraktionen, die das politisch begleitet haben. Danke für diesen Kraftakt, der gemeinsam verbekommen ist. Aber der Bedarf liegt gerade in den großen Städten noch höher und wird auch weiter steigen. Deswegen fordern wir in unserem Antrag, dass eine der ersten Maßnahmen nach der Bundestagswahl ein Sofortprogramm für die Kommunen sein muss, deren Bedarf noch nicht gedeckt ist. Denn wir kennen die Realität und wir wissen, dass weitere Plätze geschaffen werden müssen, damit der Rechtsanspruch auch überall gewährleistet werden kann. Und wir werden nicht lockerlassen, bis auch flächendeckend der gesamte Bedarf gedeckt ist. Darauf können sich die Eltern, können sich die Familien verlassen. Liebe Freundinnen und Freunde, da sind wir Grüne sehr, sehr klar. Frühkindliche Bildung ist aber mehr als sauber, satt und trocken, also mehr als ausreichende Betreuungsplätze anzubieten. Frühkindliche Bildung bedeutet, dass wir von Anfang an hochwertige Kindertageseinrichtungen wollen, die die Förderung und Bildung der Kleinsten unterstützen, denn auf den Anfang kommt es an. Und das ist auch der Titel unseres Antrages. In Nordrhein-Westfalen gibt es knapp 10.000 Kindertageseinrichtungen, in denen 90.000 pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, die dann wiederum etwa eine halbe Million Kinder betreuen. Hinzu kommen rund 35.000 Kinder, die von Tagesmüttern und leider sehr wenigen Tagesvätern betreut werden. All diese Kinder und all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdienen die besten Bedingungen, damit Bildung, damit Erziehung, damit Betreuung auch einen hohen Stellenwert bekommen. Und sie verdienen eine klare Prioritätensetzung in der Politik dieses Landes und des Bundes, wenn wir es wirklich ernst meinen damit, dass wir kein Kind zurücklassen möchten. Und mir ist ganz wichtig, dass wir Kitas, also Kindertageseinrichtungen, nicht nur unter dem Aspekt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehen, sondern dass gute Kitas mit qualifiziertem und gutem Personal, dass das auch wirklich dem Recht eines jeden Kindes auf Bildung und auf die besten Chancen auch entspricht. Und all das, was wir als Grüne an Anforderungen, an gute Kitas haben, dem steht leider das jetzige Landesgesetz, das sogenannte Kiebitz, also Kinderbildungsgesetz, das ist ja der größte Etikettenschwindel überhaupt, entgegen, das nämlich eigentlich ein Spargesetz von Armin Laschet und Christian Lindner ist, die das leider heute immer noch nicht wahrhaben wollen, aber es ist ein Spargesetz. Denn mit dem Kiebitz hat sich damals schwarz-gelb in NRW den Ausbau der Plätze erkauft mit einem Absenken der Qualität, denn das jetzige Finanzierungssystem erlaubt, dass Träger die Gruppen sehr hoch belegen können, um eben mehr Geld vom Land zu bekommen oder dass zum Beispiel Verfügungszeiten für die pädagogische Vorortnachbereitung abgebaut werden können. Und wir wissen aus den Erfahrungen vor Ort, dass es Überbelegungen vor Ort gibt und das ist nicht in Ordnung, denn Kinder brauchen Zeit und Fachkräfte brauchen Zeit in den Einrichtungen, um die Kinder richtig zu betreuen und zu fördern. Und wir nehmen die Proteste, die es jetzt auch gibt von Erzieherinnen und Erziehern, sehr ernst. Und deswegen sagen wir mit diesem Antrag auch, wir wollen das jetzige Kiebitz überwinden und ein neues Kindergartengesetz auf Landesebene auf den Weg bringen mit mehr Qualität, liebe Freundinnen und Freunde. Und zwar ein Gesetz, was den Namen Bildung nicht nur im Namen trägt, sondern auch, was Bildung tatsächlich ermöglicht. Und dieses Gesetz, da wollen wir auch wirklich verbindliche Qualitätsstandards verankern, die euch gleich Andrea Asch noch im Detail auch noch vorstellen wird. Da möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen, weil das gleich noch kommt. Und ja, gute Bildung von Anfang an kostet. Und deswegen ist auch der Elementarbereich in der Bildung einer der Politikbereiche, das hat auch Silvia gerade eben gesagt, die unter Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen am meisten finanzielle Zuwächse erfahren hat, seitdem wir seit 2010 regieren. Die Grüne sagen aber auch, wir brauchen mehr Investitionen in diesen Bereich. Und die effektivste Maßnahme wäre natürlich, das Ehegattensplitting wirklich schnellstmöglich abzubauen. Denn wir wollen nicht die Ehe, nicht den Trauschein, sondern das Leben mit Kindern fördern. Und unser Modell der Abschmelzung des Ehegattensplittings würde unmittelbar für Nordrhein-Westfalen 500 Millionen Euro Mehreinnahmen bedeuten, die wir sofort auch wirklich verbindlich in die Kitas investieren möchten. Und das wäre ein gut angelegtes Geld, wofür wir Grüne auch verbindlich nach der Bundestagswahl stehen werden, liebe Freundinnen und Freunde. Ich sage aber auch, und damit komme ich zum Schluss, dass wir klare Prioritäten in diesem Elementarbereich brauchen. Natürlich, der U3-Ausbau muss mit Hochdruck weitergehen. Das ist völlig klar. Und jetzt, in den nächsten Jahren, müssen wir eine ganz, ganz klare Priorität auf Qualität in den Einrichtungen legen. Und auch, wenn wir natürlich perspektivisch weiterhin für Elternbeitragsfreiheit stehen, sehe ich, das muss man auch ehrlich sagen, in dieser Legislaturperiode NRW keinen finanziellen Spielraum für weitere beitragsfreie Kindergartenjahre. Ich sehe aber einen sehr, sehr großen Bedarf, um mehr zu tun für das Personal. Und deswegen muss alles Geld, was wir jetzt zusätzlich investieren in NRW, muss investiert werden in Qualität, in mehr Personal, in eine bessere Bezahlung der Fachkräfte, in mehr Bildung. Und ich hoffe, dass ihr wirklich mit uns gemeinsam diesen grünen Weg auch geht, für bessere Kitas, für mehr Bildung. Und deswegen bitte ich euch um eine gute Debatte und dann auch eine breite Zustimmung zu diesem Antrag. Vielen Dank.